Hallo, heute gibt es wieder ein Do-To-Self-Inspiration-Challenge-Video. Ich bin Kathi und unser Thema war Origami. Und ich habe hier eine kleine Aufbewahrung gefaltet mit Snacks drin. Die kann man schön auf einer Party aufstellen, schön passend in der Farbe dann machen, wie man die Party gestalten möchte, also passend zum Motto und da eben kleine Snacks reintun. Oder man kann das natürlich auch super für andere Kleinigkeiten nehmen als Aufbewahrung. Das ist ganz schnell fertig und ihr seht jetzt, wie das geht. Ihr braucht ein quadratisches Blatt Papier. Ich habe dafür hier ein DIN A4 Blatt und werde mir da jetzt ein Quadrat von zuschneiden. Ich fange damit einfach an, eine Ecke so rüber zu knicken, also dass die Seite hier auf die Seite trifft. Das ist auch schon direkt der erste Schritt für das, was ich falten möchte. Und hier kann ich jetzt einfach den Rest abschneiden und dann habe ich ein Quadrat, also dann sind beide Seiten gleich lang. Hier schneide ich also einfach schön dran lang. Und jetzt wird nur noch gefaltet. Ich falte das einmal wieder auseinander. Ich habe hier also schon eine erste Knickkante und jetzt falte ich die Spitze entlang des Knicks hier auf die andere Spitze. So, wieder auseinander falten und jetzt falte ich jede Spitze zur Mitte hin. So, jetzt einmal umdrehen und hier nochmal jede Spitze zur Mitte falten. So, und schon ist das Ganze fertig. Damit es einfacher ist, kann man es einmal nochmal so knicken und wieder auseinander knicken und so. Dann kommt man besser hier unten in die Spitzen rein. So. Viele werden das sicher kennen als Himmel und Hölle spielen, aber man kann das Ganze auch andersrum hinstellen und als kleine Snackaufbewahrung benutzen oder als Aufbewahrung für Bastelsachen. Zum Beispiel kann man da hier Büroklammern reinmachen, Heftzwecken, Gummibändchen und das so auf dem Schreibtisch als kleine Aufbewahrung haben. Es ist wirklich super einfach und sieht sehr schön aus. Also, ich habe jetzt die bunte Seite hier unten, also hier außen. Man kann das Ganze natürlich auch andersrum falten, sodass weiß außen ist und dann bunt innen ist. Oder vielleicht habt ihr ja sogar Papier, das von einer Seite eine Farbe hat und von der anderen Seite eine andere Farbe. Also, das kann man wirklich in vielen verschiedenen Variationen machen. Das Praktische ist, es steht einfach so. Man kann es hinstellen und hier was reintun als Aufbewahrung für Partysnacks oder auf dem Schreibtisch als Aufbewahrung. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Wer möchte, kann es natürlich auch als Himmel und Hölle spielen machen. Für diejenigen, die das nicht kennen, eigentlich glaube ich, dass das wirklich fast jeder kennt, da macht man hier, schreibt man Zahlen rein und dann macht man hier so ein Himmel-und-Hölle-Spielchen und dann kann man sich für die eine Zahl entscheiden oder man kann da auch Symbole oder so reinmachen und hat dann hier, wenn man das aufklappt, hier drunter eine kleine Nachricht stehen. Also, man könnte jetzt zum Beispiel hier Symbole oder Zahlen oder so hinmachen. Ich entscheide mich zum Beispiel für die sieben und dann gucke ich da drunter und dann steht da, du musst das und das machen. Oder du bist verliebt in so und so. Oder du musst mir verraten, in wen du verliebt bist. Also, so geht das. Also, damit kann man also dieses Spielchen einfach machen. Aber ich benutze das heute eben nicht als Himmel-und-Hölle-Spielchen, sondern als Aufbewahrung. So, ich habe ein paar Snacks reingefüllt. Rosinen, Cranberries, kleine Schoko-Drops und hier, das sind M&Ms. Und da kann man jetzt einfach reingreifen, naschen und das ist wirklich total schön und niedlich. Ich finde auch schön, dass man da eben so verschiedene Sachen reinmachen kann und dass die dann so geordnet sind. Und ja, wie ich eben schon sagte, man kann es natürlich auch super gut für beste Sachen auf dem Schreibtisch nehmen. Wer kennt das nicht? Immer so Büroklammern oder Heftzwecken, dass man die auch immer gar nicht richtig weiß, wo man die hintun soll. Und hier hat man dann eben alles beisammen und es sieht dabei auch noch gut aus. Wenn euch das gefällt, dann gebt mir einen Daumen nach oben und jetzt seht ihr, welcher Begriff nächste Woche drankommt. Tschüss! So, dann schauen wir jetzt, was wir nächste Woche für ein Thema haben. Eva-Datzin. Genau. Und es ist Tattoos. Ja, wir haben jetzt ja schon einige Tattoo-Videos gemacht. Ja. Und wir hatten das Gefühl, dass euch die ganz gut gefallen. Deswegen haben wir jetzt einfach nochmal das Thema Tattoo. Genau. Haben wir nochmal reingeschmissen. Genau, da kann man sich jetzt auswählen, mit welcher Technik man das macht und welches Symbol. Da werden wir wohl schon auf eine ganze Tattoo-Videos gemacht. Ich glaube, da freuen wir uns beide. Wir machen das auch bei uns sehr, sehr gerne. Okay, dann wollen wir dann mal schauen. Und wir hoffen, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei bei unserer Challenge. Und dann seht ihr dann unsere Tattoos. Und ja, wenn euch diese Videos gefallen haben von Kati und mir, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Genau, wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Und schaut auch unsere anderen Challenge-Videos. Schaut unsere anderen Videos hier auf dem Kanal. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den abonniert. Es gibt immer wieder tolle neue Bastelideen von uns. Also einfach schauen, liken, teilen. Und ja, sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!